moin leute was geht hier ist wieder euer geist wusstet ihr schon dass es ein motorrad gibt bei mw3 zombies dessen tank nie leer geht und unzudem hat es eine spezielle fähigkeit und zwar redet es mit euch und will dass ihr zombies tötet ihr müsst dieses motorrad mit zombies hüttern und dann seht ihr rechts wo eigentlich eure feld aufrüstung ist dort ist ein äther impuls und damit könnt ihr dann auch die zombies töten es ist aber sehr 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 schwer dieses motorrad zu finden und falls ihr euch nur auf stufe 1 begibt leute werdet ihr es niemals finden ich habe es auch ganz zufällig in stufe 2 gefunden und falls ihr in der nähe des motorrad sein solltet wird es auch auf der minimap angezeigt und zwar heißt dieses motorrad bloodburner und wie gesagt falls ihr auf stufe 2 unterwegs seid haltet die augen auf und schaut immer auf eure minimap vielleicht seid ihr in der nähe das dinge super op und super schnell ihr könnt einfach überall hin damit in kürzester zeit ich weiß jetzt nicht ob es bestimmtes bonbon die gibt dafür aber wenn ich mehr darüber herausfinden sollte dann werde ich ein separates video dazu machen und euch bescheid geben danke fürs zuschauen bis zum nächsten video ciao